Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem Easy Fat Burner Kurs. Wir wollen natürlich heute in Bewegung bleiben, Fette verbrennen, Energie verbrauchen und Muskeln trainieren, die im Alltag oder beim Sport auch ganz viel Energie benötigen. Also mach mit, natürlich immer so, wie es für dich okay ist. Wir werden 45 Sekunden lang walken und dann werden wir eineinhalb Minuten lang eine bestimmte Übung machen für eben große Muskelgruppen. Das heißt, wir bleiben aber trotzdem in Bewegung, der Puls wird etwas oben bleiben. Ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Aufwärmtraining, oder? Dazu kommst du schon mal in die Grätsche, die Knie zeigen in Richtung Fußspitzen nach außen, Ich mache uns Musik an, richte dich auf, Brustbein anheben und ganz locker deine Knie nach außen wippen lassen. Wichtig ist die Aufrichtung und wichtig ist, dass du den Atem fließen lässt. Und jetzt nimmst du beide Schultern einfach mal nach oben und lass sie wieder fahren. Hoch, tief. Wenn du zwischendurch Pausen brauchst, mach Pausen, aber bleib vielleicht ganz leicht in Bewegung, damit der Puls oben bleibt. Nochmal vier Stück. Drei nach. Und jetzt einzeln die Schultern, rechts und links. Hoch. Nochmal. Kreis die Schultern einzeln zurück. Nochmal. Und dann verlagerst du gleich mal rechts, links. Werde etwas größer. Ellbogen. Atem fließt immer noch. Nochmal nur die Schultern. Rück. Ellbogen. 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 Schultern. Schultern. Und da bleibst du jetzt. Werde kleiner. Und lass mal die Schultern locker hängen jetzt. Nur deine Füße nach vorne tippen. Nochmal. Und dann gehst du am Platz. Gehen, gehen, gehen. So wird auch unser Walken jetzt gleich ausschauen. Das heißt, die Ellbogen vor- und auch zurückziehen. Richtig hinter den Körper ziehen. Bist du bereit? Ja? Füße schön abrollen. Ganz leise. Genau so. So. Wenn ich jetzt den Piepser anmache. 45 Sekunden lang Walken. Und dann kommt unsere Runde Kräftigung. Da sage ich dir aber noch, was wir dann machen. Okay? Und los geht's. Wir Walken. 45 Sekunden. Einfach in Bewegung bleiben. Jawohl. Weiter gehen. 30 Sekunden noch. Genau so. Nochmal an die Aufrichtung lenken. Vielleicht eine Krone auf deinen Kopf stellen. Nochmal. 5 Sekunden noch. Dann kommt die erste Übung. Bereit? Okay. Bisschen breiter wie deine Hüfte. Komm mit geradem Rücken. Ich zeige es dir seitlich. Mal tief. So tief, wie es für dich okay ist. Komm wieder zur Mitte. Jetzt gehst du zu der Seite. Tief. Und zur Mitte. Po fest. Nochmal. Tief. Und hoch. Schau zu mir nach vorne. Kraft Beine Gesäß. Tief. Und hoch. Und du gehst so tief, wie es für dich passt. Nochmal. Gleich nochmal. In der Mitte darfst du die Oberschenkel so richtig fest zueinander ziehen. Oberschenkel, Innenseiten. Nochmal. Wird schon heißer im Oberschenkel. Die letzten 15 Sekunden noch. Und noch. Letztes Mal. Und wir walken wieder. 45 Sekunden. Bewusst mitnehmen. Aufrichten. Immer noch. Und du kannst, wenn du möchtest, die Arme noch etwas höher nehmen. In die Waagerechte. Fünf Sekunden. Dann kommt die nächste Runde. Kräftigung. Komm auseinander. Und geh einfach hier weiter. Ganz locker. Nimm deine Arme vor dein Brustbein. Und jetzt versuche mal, immer nach vorne zu boxen. Und zwar rechts gehst du deinen linken Arm. Mach mal weiter. Nicht ganz durchstrecken. Muskulär gespannt halten die Arme. Nach vorne wachsen. Aus der Mitte die Kraft. Den Bauch spannen. Noch mal. Immer weiter gehen. Wenn es gar nicht mehr geht, kannst du auch zwischendurch ruhig stehen bleiben. Oder du lässt die Arme locker zwischendurch. Aber wir haben nur noch 35 Sekunden. Weiter, 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 weiter. Geh noch weiter. Kraftvoll nach vorne boxen. Das wird jetzt ein bisschen schneller. Kleines bisschen für die letzten 20 Sekunden. Natürlich die Schultern spüren. Die Arme. Den ganzen Rumpf. Mit der Pulshöhe. Fünf Sekunden noch. Okay. Auslockern. So. 45 Sekunden walken. Sehr gut. Auch hier wieder. Vielleicht etwas höher die Oberarme. Entscheidest du. Okay. Nochmal. 10 Sekunden. Dann kommt die nächste Kräftigung. okay kommt wieder etwas nach außen jetzt ich zeige es dir seit ich bleibe so kommen die knie wieder raus rücken ist gerade und du setzt dich nach hinten unten stück tief und komm hoch deine knie sind so weit außen wie es deine hüfte zulässt also was nicht passieren soll ist das knie richtung zweitgrößten sie lieber dann deine füße mehr schließen ok noch mal versuch mal wenn du hoch kommst gefühlt die oberschenkel zueinander zu ziehen die matte zueinander und vielleicht auch hier in die waag rechte oberschenkel matte füße zueinander gut noch mal fest die letzten 25 sekunden so tief ist für dich passt gleich noch mal letzten zwei sekunden und geh heim auslockern wir walken wieder eine runde walken jetzt wieder schauen vielleicht möchtest du dir die arme höher ziehen 15 sekunden noch alles gut weiter bewegen okay nächste übung wir rollen die füße jetzt ab von der fußspitze auf die ferse arme nimmst du zur seite spreiz die finger schultern sind ganz tief und du versuchst einfach kleine kreise zu beschreiben wenn es nicht mehr geht und du merkst du verspannst dich im nacken dann lass zwischendurch los und steigt dann wieder ins training ein etwas einfacher wird es auch gehen wenn du körper nah bleibst aber wir wollen ja auch die schultern ein bisschen stärken rumpfmuskulatur muss auch hier dagegen halten und jetzt kreis nach hinten ganz kleine hände noch mal mehr spreizen sehr schön immer noch letzten 25 sekunden für noch schönere schultern 10 sekunden noch schwere arme bereit gehen locker aus walker am platz noch hier kannst du jetzt die arme wieder mehr mitnehmen richtig schön neben dem körper mitziehen die letzten 15 sekunden dann kommt die nächste übung 5 sekunden komm gleich mal mit rechts nach vorne ich mach spiegel verkehrt und zieh dein linkes bein ran schau mal rechts ist völlig ruhig das trainierst du auch den po und dein linkes bein tippt einfach ran gut ruhig lassen wir machen nicht so lang halbe zeit die eine seite die andere hälfte dann die andere seite aber ich spüre schon die letzten 15 sekunden noch mit der seite ok und seite wechseln andere seite ruhiges knie und das bein tippt dran Spannung im bauch 20 sekunden noch 10 sekunden noch noch 3 sekunden ok walken eine runde walken wieder die arme richtig gut mitziehen ich hoffe dir ist warm vielleicht wenn dir noch nicht so warm ist die arme höher nehmen immer so wie du dich wohl fühlst letzten 10 sekunden noch walken mach nur weiter und jetzt geht eine nächste übung ein schritt zur seite rechts links genau ein schritt daumen nach außen zeigen lassen schultern zurück und dann ziehst du deine kleinen finger hinten zusammen also in die richtung wichtig ist dass du aufgerichtet bleibst wirklich nur die arme bewegst mach mal weiter und zieh ruhig die arme so hoch wie du aufrecht stehen kannst genau kleine kleine kannst auch ein bisschen mehr hüfte mitnehmen trizeps spüren oberen rücken auch spüren die letzten sekunden 25 sekunden 10 sekunden und dann aber merkst du oder ok gehen locker eine runde morgen und da vielleicht wieder höher jetzt haben wir dann noch zwei übungen einmal beine und einmal noch ein bisschen oberkörper arme die schaffen wir sicher komm ok auslockern jetzt kommst du mal noch in eine kleine grätsche Fußspitzen zu mir einbeind hüftbreit zurück bleib mal so knie Richtung boden fernse ist unterhalb vom knie komm wieder vor wechsel zur anderen seite knie Richtung boden vorne knie über fernse nochmal ziehen hoch und du gehst so tief wie es für dich passt alles ist richtig wichtig ist aufrechten oberkörper weinkraft aufrecht kannst du auch deine hände vorne schließen wenn es dir lieber ist oder einstützen die bewegung brauchen wir wenn wir dinge vom boden aufheben also gar nicht so unwichtig wenn es gar nicht geht mit dem knie mach mal weiter dann bleibst du einfach hier ok machst du die kniebeuge nochmal 20 sekunden nur noch geht noch letzten 5 sekunden ok und dann gehst du walkst beine haben es geschafft walken 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 Arme höher ziehen unser letztes walken 25 sekunden noch gib alles zurück nochmal hoch letzten 7 6 5 4 3 2 1 ok Ferse nach vorne das sind unsere Beine die bleiben hier machst du die Hände so richtig fest zur Faust Schultern tief Oberarme bleiben und kraftvoll die Unterarme beugen Bizeps das wichtigste ist dass der Nacken entspannt bleiben kann und du hier wirklich kraftvoll die Unterarme beugst wenn du merkst du verspannst dich Pause machen und wieder einsteigen nochmal die letzten 40 sekunden die dr privilegeden die dritten die dritten die dritten Zehn Sekunden. Auf, auf. Und locker lassen. Auslockern. Schütteln. Auch deine Beine. Geschafft. Sehr fleißig. Beine und Arme ausschütteln. Gehe am Platz und atme ganz tief ein. Beide Arme nach oben. Und nochmal richtig aus. Ein und aus. Ein. Zweimal noch. Einatmen. Jetzt bleibst du hier oben und streckst und räkelst dich. Ganz lang. Streck dich. Zieh dich in die Länge. Rechts und links strecken. Mach nur weiter. Bleib da. Nimm dein rechtes Bein nach hinten. Rechten Arm. Mach mal weiter. Bleib so. Ich mache mit dir mit. Hinten ziehen. Das ist der Trizeps. Und die ganze Seite. Bleib so. Ich komme wieder. Wieder lösen. Das rechte Bein nach vorne stellen. Ganz gerade rücken. Schultern zurück. Und streck dein Knie. Spür. Genau. Die ganze Rückseite. Komm rück tiefer. Dann richte dich nochmal auf. Anderen Arm. Hinter. Ziehen. Wieder lösen. Bein nach vorne. Gerade rücken. Schultern zurück. Knie strecken. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Richte dich wieder auf. Lass deine Beine genauso. Dein Hinteres stellst du noch ein Stück zurück. Fußspitze in eine Richtung. Hüfte schiebt nach vorne. Und jetzt kannst du, wenn rechts hinten ist, einen rechten Arm nach oben nehmen. Und dich ganz, die ganze Vorderseite hier aufdehnen. Löse nochmal auf. Andere Seite. Bein zurück. Fußspitze in eine Richtung. Vorne beugen. Knie hinten strecken. Arm nach oben. So richtig schön aufrichten. Ganz langsam wieder auflösen. Zurückkommen. Lockern. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Atme ein. Arm hoch. Atme aus. Tief ein. Öffne die Arme. Bleib hier. Zieh deine Schultern zurück. Mach dich ganz groß. Und nochmal einatmen. Zurückziehen. Und ausatmen. Locker lassen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Denn das ist natürlich das Wichtigste. Wenn du noch mehr Lust hast auf Fatburner, dann gib einfach in die Suchzeile von YouTube. Gabi fasst eine Fatburner ein. Und dann findest du noch mehr Videos. Oder du gehst auf meinen Kanal. Da findest du alle Videos schon geordnet nach Themen. Also einfach mal reinschauen. Da findest du zum Beispiel Cardio oder Einsteiger oder XXL-Workouts oder 40 bis 60 Minuten oder kurze Workouts. Also schau mal auf den Kanal, da findest du dich bestimmt gut zurecht. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das. Dann bekommst du auch mit, wenn ein neues Video erscheint, wenn du die graue Glocke drückst und auf alle klickst. Und vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Natürlich danke. Der Link ist unter dem Video. Heißt Steady, deine Unterstützung mit monatlich 5 Euro oder 10 oder 20, was auch immer du Lust hast. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.